Nach dem Spiel in Hamburg, so konnt's nicht weiter gehen. Reaktion auf Schalke, Reis musste gehen. Timing, ne Katastrophe, in Paderborn wird's nicht leicht. Ihr müsst kämpfen und auch siegen, damit's am Ende reicht. Kreuzer und auch Büskens, ihr habt es in der Hand. Fahrt bitte unser Schalke, nicht weiter an die Wand. Ich hab da noch ne Frage, wie sieht's damit jetzt aus? Muss Knebel jetzt auch gehen, oder ist er wieder fein raus? Schalke 04